Komm schon! Äh, es sind zwei hier! Äh, ist wie cool! Und wie jetzt! Oh scheiße, ich hab aber nur... Oh, wie süß! Double Trouble? Ja, genau. Double Trouble, komm! Ich hab nur zwei Ziele erreicht, Mann! So scheißegal, oder? Wipe when red balloons appear... Okay. Okay, also hier... Oh, Regenbogen! Oh, cool! Ein Häschen! Wo ist ein Häschen? Wir sind blaues. Ein blaues Häschen? Bei mir ist kein Häschen, ne? Nein! Ja, du hast jetzt... Oh doch, da hinten! Ach, klar! Das Problem ist... Oh, Entschuldigung! Einfach wird so schnell schlecht davon! Ja, wir machen nur noch das hier und dann... Ja. Foto of four different P-Rex tongue poses. Okay? Das heißt, wenn er die Zunge rausstreckt. Okay. Make P-Rex stripe trip over this tongue. Also, dass er... Weil sie stripe hat. Ach so! Foot of P-Rex doing a barrel roll. Also, wenn ein Fass rollt. Foot of P-Rex banging its... Headbanger. Das kennt ja wohl jeder, ne? Give tiny P-Rex its little revenge. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir mal, he? Jo. Ach, da ist er ja. Ah! Little P-Rex, okay. Oh, wie süß! Der ist ja süß! Oh! Was macht er? Er guckt voll süß! Ja, ne? Ha! Nee, wie süß! Ja! Komm, jetzt läuft er rum! Oh, wie süß! Ja, komm! Mann, ich hab getrunken, dass der Ballon ist nicht zerplatzt! Nee, bei mir auch nicht! Jetzt trinkt er! Ja, stimmt! Oh, vielleicht ist das ein Foto! Ich hab's jetzt mal gemacht! Ich auch! Oh, jetzt ist der Ballon! Ach, guck mal! Nee, bei mir nicht! Die Zunge ist so süß! Hä, wie hast du das gemacht? Ah! Zum Donner! Der Ballon ist zerplatzt und dann zeigt er seine Zunge! Warte mal! Das schaff ich irgendwie nicht! Jetzt komm! Come on! Guck mal! Es geht nicht! Warum? Sag mal! Da läuft einfach rum! Bei mir gibt's so ein Gameplay, wie er trinkt! Geil! Komm schon! Äh, es sind zwei hier! Echt? Wie cool! Oh, wie jetzt! Oh, scheiße! Ich hab aber nur... Oh, wie süß! Süß! Süß, ne? Weißt du an, was mich da so ein bisschen erinnert? Okay, ich hab nichts geschafft! Geil! Ich hab nur eins geschafft! Photo four of four different P-Rex tongue poses! Oh, Entschuldigung! Ich bin vor eins Gepro wiedergekommen! Okay, das müssen wir nochmal probieren! Äh, der erinnert mich ein bisschen an! Oh doch! Ich hab was geschafft! Make P-Rex trip over its tongue! Siehste? Was? Was wolltest du sagen? Der erinnert mich so ein bisschen an Bisa! 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 Okay, komm! Oh, süß! Post mal ein bisschen rum! Wuh! Da macht er so dicke Augen! Wie süß, ne? Man beobachtet einfach so ein paar Viecher! Und, äh... Ups! Scheiße! Ich schick den nicht zum Platzen da! Was hat er gemacht? Ah, bist ein feiner! Jaaaa! Ja, jetzt kommt er! Der überschlägt sich so, ne? Wie süß! Jaaaa! Süß! Scheiße! Ich bin immer zu spät! Oh, Out of Fame! Scheiße! Muss ich nochmal probieren! Man muss halt echt viel beobachten einfach, ne? Ja, das ist echt so! Ach, hier kann man mit den Bildern skippen! Cool! Okay! Wir probieren's nochmal! Sparkling, red, blue is appear! Oh nein! Jetzt hab ich ein Foto gemacht! Och, Mann! Ah doch! Make Pyrex trip over his tongue! Okay! Ja, das hab ich auch schon! Und dann ist echt bei mir Sense, glaube ich! Mir wird langsam schlecht! Ja, das Problem bei diesem VR-Sachen, also Virtual Reality, dass man das halt nicht so lange machen kann, weil einem echt schlecht wird! Obwohl, wir sind auch schon hart im Nehmen, denn wir Achterbahn fahren, kein Problem! Also, schneller, höher ist kein Problem! Alter! Nur, das Einzige, was wir nicht vertragen können, ist, wenn wir hinten im Auto sitzen! Ja! Dann wird uns auch schlecht, denn so ein Gefühl ist das gerade hier, kann man sagen! Ja! Weil man ja doch sitzt, aber der Kopf denkt, dass man in dieser Welt stehen würde! Ja, genau! Ich krieg die nicht zum Platzen, warum? Ja, ich mein die auch nicht! Voll doof! Echt voll doof! Naja! Ich würd sagen trotzdem, das ist jetzt die letzte Runde, bevor hier ein Unglück passiert! Ich mach immer Fotos, obwohl ich die Ballons platzen lassen will! Ups! Ja schon! Oh man, ich wollte den Ballon platzen lassen! Ja, ja komm! Platz bitte! Oh, da ist noch ein anderes! Das hab ich auch endlich gesehen! Das Ding platzt einfach nicht! Na gut, dann geh ich schon mal zur World Selection zurück! Ja! Ich bin auch gleich soweit in 15 Sekunden! Naja, dieser Ballon platzt doch, Mann! Och Mann, er platzt einfach nicht! Ich mach irgendwas falsch! Oh, jetzt hab ich noch mal ein Foto gemacht! Komm, mach ich jetzt sinnlose Fotos! Und ich geh wieder zurück zum Kids Room! Zum Kids Room? Ja, ich hab nichts geschafft! Ja, ich hab nur eins geschafft! Vier von fünf! Auf diesen, ähm... Vier von fünf?! Auf diesen Fass! Hä? Im Kinderzimmer! Zurück im Kinderzimmer! Zurück im Kinderzimmer! Ach so! Ich dachte, Alter, was bist du für ein krasser... krasser Spieler, ey! Kids Room! Don't forget to look around you! Okay! Ach, vier von fünf Fotos! Ja, hab ich auch! Ich auch! Und bei mir steht da immer der kleine Junge! Mir auch! Der träumt wahrscheinlich über so Monster! Genau! Wie Monster AG, ne? Ja! Na gut! Dann würde ich sagen, das reicht erstmal als kleinen Einblick! Genau! Fürs Virtual Reality da sein, was jetzt immer mehr kommen wird und immer mehr Mode kommen wird! Genau! Man sieht's ja auch schon oft genug, denke ich! Ja! Und wir hoffen, euch hat's gefallen und dass euch nichts schlecht geworden ist! Oh Mann, ich bin so nah im Mikrofon! Entschuldigung! Ja! Ich seh nix und tipp andauernd dran mit der Brille! Echt, ja? Ja! Ich weiß gar nicht, wo das Mikro ist! Ich hoffe nicht, kann man verstehen! Ja! Und wir würden sagen, bleibt schon glänzend und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Oh mein Goodness, das reicht jetzt echt! Oh Gott, Alter! Ich war echt kurz vorm Kotzen, ne? Alter!